und herzlich willkommen zu einer netten gta challenges folge und zwar mit johnny einen wunderschönen 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 die hier eine kleine regel und so nicht auf uns schießen sondern auf die gegenstände ach so dass man aber hier sind kaum gegenstände das sieht doch gut aus das sieht doch schön aus wir kommen schluss runter aber wenn du kriegst eh die kugel in den kopf der lag voll rein er ist stolpert weg und fällt runter johnny verkackst du voll krass ich bin schon tot umso besser huch wie ist das denn passiert hoppla was war das denn das war ganz schön kacke ich lande wasser ich lande wasser ja und ich bin trotzdem down vor allem ich hab johnny gezielt ausgeschaltet danke ihnen dafür so vorher angepimmelt ja mann ja mann ja ja mein erster death run ich zeig euch jetzt mal wie man am schnellsten von der kante runter läuft hey das kann niemand besser als ich also die steuerung ohne ne waffe mit der du nicht zielen kannst in der hand ist echt kacke aber ja nein eben nicht das ist ja das problem kann ich dir den kopf werfen ja mein problem ja ja ich bin runter gefallen hui jawoll jawoll das ist ja jesus und kann auf dem wasser laufen springt schön vom Warum? Stimmt. Ich würde ihm jetzt was da reinspringen, ne? Scheißegal. So. Welches musst du rausgeben? T-T-T-T-Teams. Ja. Genau, die Teams. Die Teams. Äh, werden in Zukunft nicht immer dieselben bleiben. Das stimmt. Sondern immer mal so durchgemixt. Durchgewixt. Durchgewixt. Hehehe. Boing. Ja, komm, das... Als ob der nicht runterfällt. Ha! Ich! So, dein Ernst? Hä? Wie? Hä? Hä? Er war schon nicht so unten. Von der flutsche Finger, Mann. Ja, Mann. Ich war wichtiger. Flutsche Finger. Komm schon. Einer rund. Oh, Alter. Dieses Hin- und Her-Gegelegge da, ne? Ups. Hahahaha. Ups, Fall. Hahahaha. Halt's Maul, ey. Ups. Oh, ja. Kann passieren. Wiii. Oh, das ist nett. Danke. Lauf doch weiter, du Fisch! Hahahaha. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Oh, ja. Tschüss. Flop. Loll. Hat der... Hat der Balls, Alter. Der bleibt... Der bleibt da stehen und guckt sich die Scheiße an. Stimmt doch eigentlich, wenn man in den Kopf reinschießt. Hahahaha. Ey, was zum... Loll. Bei mir bist du einfach auf einmal losgeflogen. Ja, wow. Das war ja GG, ey. Der, der, der... Ich bin gesprungen eigentlich, aber anstatt zu springen, äh, hat er irgendwie so rumgezuckt und ist dann runter gesprungen. Also so runter. Äh, ja gut. Ich würde sagen... Wie runter? Bei mir lag's auf... Bei mir lag's auf der blauen Plattform. Ja, das ist... Das sind die Verbindungsfehler hier von Roxa. Hm. Gewöhnlich dran. Das sieht nicht immer so aus, wie es wirklich ist. Für mir sah's auf jeden Fall so aus, als wär's einfach nur weggeklatscht worden, dann lag's da und auf einmal noch ein paar Sekunden Selbstbord. Ja, gut. War ja bei mir mit Tobold eben auch. Der lag die ganze Zeit oben auf der Platte und hat gesagt, das ist... Ja, das ist... Müll. Und wir fluchen über Ubisofts Server bei Rainbow? Ich hatte gerade das gleiche. Alter. Dann ist ja... Ich spiel eine Runde Deathrun und sehe hier die totale Katastrophe, ja? Und wir beschweren uns. Bei Ubisoft ist das aber was ganz anderes. Besonders bei Rainbow. Jetzt stellt euch mal vor, GTA... Oh, nein. Was denn? Was? Habt ihr andere Waffen? Ja... Shotguns? Pistolen? Loll. Geht trotzdem. Loll. Wollte grad sagen, reicht doch wohl. Und tschüss, Tobi. Nix. Jaaaa! Nix. Jaaa! Ich hab mit dem Kopf gegen so'n scheiß Rohr. Das sieht deine Hands aus. Kommst eh nicht weit mit der Karre. Loll! Jaaa! Auf geht's! Auf geht's! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Jo! Genau der! Optimalwolle! Optimalwolle! Genau der! Bestes Deathrun Team EU West hab ich gehört. Boah, Alter! Hab ich auch gehört. Klingt gut. Warum muss da nur so ne Scheiße sein, wo man mit dem Auto nicht langkommt? Ich hätte es ja sonst gewagt, ne? Aber... Ja, gut! Das ist halt nicht der Sinn der Sache mit dem Auto zu fahren, ne? Ich glaub wir gewinnen trotzdem. Boah, jetzt! Okay, jetzt lass ich das auch mit dem Kopf schießen. Das war vielleicht ein bisschen assi. War kacke. Ja, den nächsten Mal einfach in die Füße hin. Hast du recht. Bisschen anfeuern, ne? Ja! Alles klar! Auf geht's! Hakengas geben oder was? Ja! Hey! Kann wir das schaffen? Nein! Ja, wir schaffen das! Bei mir macht Tobi erstmal voll den Jumper. Liegt erstmal durch die Luft. Komm Johnny! Gönn dir ne Runde mit dem Auto! Gute Idee! Besonders jetzt, wo es runterfällt. Wie immer so antäuscht und dann doch nicht weiterlauft, ne? Hashtag... Gay! Wow! Hahahaha! Der eine Schuss... Der eine Schuss in die Luft von ne guter Antäuschung. Sofort ist er losgesprungen, ne Johnny. Vor allem! Schön abgeräumt, Tobi. Warum spielt dein Charakter bitte nach links, wenn ich geradeaus springendrücke? Hau ihn weg! Weil... Keine Ahnung. Das macht Zero Cents und so. Zero Cents. Null Cents. Wenn man da zuguckt, Alter. Wie viel... Zero Euro... Das macht Zero Euro und Zero Cents. Richtig. Oh, wenn das hilft, die Cent... Voll falsch! Ich glaube, du musst gewinnen! Das ist der Plan. Gewinnrohren. Ich bin der Ritzelohren! Ja! Ja! Was?! Ja, mein... Ja, meine Rohrrahmen. Ich habe voll... Blau, wie der losgeflogen ist. Und da ist er weg. Was ist da los? Ah! Hallo Tschüssi! Ich habe dich meine Rohre aber schön zermalmt, Alter. Oh, scheiße! Ah, so lange deine Rohren zermalmt, du! Oh mein Gott! Nice! Voller gleich mehrere Rohre! Ja, vor allem sind doch echt so Trollo, ne? Das ist unglaublich. Ja, das ist wahr. Und das lädt lange. Scheiß GTA lädt Arschlange. Ja, das... Das war nicht relativ normal so. So, auf geht's. Weiß ich, weiß ich leider. Weiß ich leider. Ich könnte ja mal sehen, wie mein richtigen Deathraum läuft hier. Ja, wow. Wir werden wahrscheinlich... Nicht ein Zentimeter weiterkommen. Jeder hat das erste Auto auf dem Kopf. Scheiße. Aber guck mal, allein wie weit das geht. Wir kommen eh nie ans Ende. Nie im Leben. Also... Schreibe ich mal ein bisschen an, Junge. Best Motivation EU. Nein, mein schönes Auto. Ey! Jumai, ich glaube es rockt. Hör auf die, hör. Trotz auch weh. Ja, was ist los, Wurschi? Gibt es ja auch so einen Schleichmodus? Wie ein Rainbow? Ja. Tittenfick-Antäusch und dann auf den Bauch kacken hier, oder was? Genau so. Oh nein, bitte nicht! Ah! Oh, oh. Was ist denn? Ah, Steuerung. Es sind doch keine Wurschis. Ich lauf los hier. Auf geht's! Oh, Tobi. Und Schuss! Hippa! Und huiii! Ha! Junge! Oh, diese dumme Scheibe! Junge! Ich meine... Diese Steuerung, ne? Junge! Cancer! Cancer! Junge, Junge, Junge. Wenn du dich trottest... Ich trottete gemütlich von Dingern zu Dingern. Ja, da ist ja auch nichts mehr. Ja, komm! Hau rein! Ich bin ja hier die Volksbank-Reifeisenbank, ne? Ich mach den Weg frei. Ja, war so klar, dass ich von der Ruhe nicht mehr hüpfen kann, ne? Die lag da so abgefuckt, dass ich nichts mehr machen konnte. Oh nein, du bist down? Ja! Ich leb noch! Einfach Scheiße, man! So, auf geht's! Nein! Okay, doch. Ist ganz in Ordnung. Nein! Schon liegt aufm Boden. Na, na, noch nicht. Wui! Aber wir sind mitten beim Fliegen schon gestorben. Aber... Das fliegt dann immer noch, oder? Fiu, 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 fiu! Aber wir sind auch schon auf... Also es war jetzt schon so weit, ich glaube mal so. Hm, nein. Oh man, die schlechtesten Spieler der... Worst players on first! War nicht gut. War nicht gut. War nicht gut. Echt gut. Echt gut? Nicht gut. Jetzt geht's los. Nicht gut. War gar nicht gut. Und sieben schon? Halleluja ey, wie viele Runden haben wir denn hier eingestellt? Zu viele. Eindeutig zu viele für so einen Modus. Fünf! Fünf Runden gewinnen. Ja, hallo. Zehn Minuten? Äh, Folge ist auch Kacka, von daher. Neu! Neu! What the fuck? La 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 la! Als ob Juni, der ist bei mir schon hier unten irgendwo gewesen. Erzähl doch kein Wüstchen, Alter. Ja, bei mir war Johnny auch schon auf Weltreise, aber... Ja, ist halt echt so... Was ist das denn? Ja! What the fuck? Loil! Loil! Igno aufs Standbild? Ach, Keg. Ja? 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 Das dürfte es gewesen sein, oder? Weg damit hier! Loil! Tschüss John! Junge! Hörst du was an? Dieser John! Ernsthaft? Ernsthaft? Dieser John! Ich glaub's ja nicht. Das ist... Ne! Unreal! Und tschüss! Oh oh! Oh oh! Ich muss mit! Ich muss mitlaufen! Gar nix! Ach, die Karre brennt nämlich! Oh, na toll! Na komm, fällt da runter! Du hast so ein Glück, das ist unmöglich! Oh! Das Scheißdinge kann man eigentlich nicht überleben, oder? Werden wir sehen! Ah! Und komm! Loil! Ernsthaft? Nein! Ja! Ich übernehme! Ich schwör, das kann nicht sein! Ja, komm! Ja, komm! Eeeek! Ja, gut! Siehst du, wie die reinhecken, ne? Beide hier so... Ich sterb nicht und hab Magnetschuheck! YOLO! Ja? Sag dir! Ja, na also! Da hast du dein YOLO! So, der Nächste ist weg! Der Nächste kriegst den Header, dann war's das, ne? Wow! Guck mal, dein Fuß brennt! Wow! Oh! 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 Ich bin... Ja... Oh! Was für eine Pinata? One-on-one würde ich sagen! Tobi! Nicht schlecht! Willst du meinen Ruf schnappen, oder was? Ja, ich sag dir, wie viel hier noch kommt, leck mir die Nüsse! Ja, das kann hier keiner schaffen, Mann! Du machst das! Wenn du, dass er das macht, dann kommt morgen ein Video, wo ich mir irgendwie die Eier vor der Kamera versiere, Alter! Aua! Du verrücktes Stück Wurst, Alter! Wie du Glück hast! Das kann man doch gar nicht überleben, Mann! Da sind 80.000 Euro auf deinen scheiß Arsch geflogen, Mann! Ey, ich hab halt nen fetten Arsch! Poi! 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 Polster, Digga! Polster! Komm! Alter! Was hier nicht Neues kommt! Pui! Machst du noch nicht mal mehr eine richtige Aktion! Ich ihn einfach in den Kopf! An die Haare! Soll ich auf eine Aktion, oder? No! Ja! Komm schon! Bei mir läuft der wie eine Eins! Oh! Oh! Egal! Bitte fall nicht runter! Oh! Oh! Bei mir fällt grad das Ganze vor dem Schlaf nochmal runter! Oh! 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 Lol! Also wie das jetzt aus meiner Sicht gerade sehnet! Unglaublich! Wie da einfach alles so ein bisschen hin und her fliegt! Obwohl sich das gar nicht bewegt! Ah! No 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 no! Oh! Fuck! Ja! 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 Nein, nein, nein. Ja, ja, ja. Ja! Oh, ich war kurz vorm Ziel. Ach, da wäre noch voll viel gekommen, Mann. Oh, fuck. Mann, 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 Mann. Ich würde sagen, hat easy die Runde geholt. Was ein Ding, Alter. Easy vor allem, ne? Jetzt können wir euch nochmal zeigen, wie es funktioniert. Ey, komm, wenn keiner zum Ziel kommt, dann entscheidet der der am weitesten gekommen ist. Nein, das war noch nie so. Das war schon aber so. Das war noch nie so, ne. Das war noch nie so. Ich kann ja dann gerne alle in den Kommentaren diskutieren. Genau. Sagen der mit den meisten Abos, der gewinnt dann. Bei Unentschieden. Alles klar, Couch Gaming, komm mal ran. Der Kanal ist inaktiv. Aber er existiert noch. Nee, ich hab den gehackt und gelöscht. Kann gar nicht sein, ich hab den in meiner Unterhose. So, dann kannst du behalten. Oh je, hier, Jolonesel. Auf geht's! Oh Gott, was hab ich gemacht? Guck mal, jetzt kommt hier der Käpt'n Schleichbeard. Ich bin Blackbeard. Du bist Crap-Käpt'n Schwarzbauart. Oh oh, da sind drei über mir auch noch. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Nein, da ist nix, da ist nix. Hä? Da war nix, da ist nix. Nee. Alter, wie Lucky. Oh, weiß ich. Ah! Der Kerl ist sowas von Lucky, das kannst doch keiner erzählen. Boah, das ist ja hier, das ist ja richtig der Kitzel. Alter! Hau ab, die Karre brennt! Jetzt werden wir nicht drauf stehen! Yolo, Yolo. Alter, ja, ja, ja! Das ist wirklich, Alter! Was ist das? Junge, die Karre überschlägt sich und er springt oben drauf. Ist klar, Junge! What the fuck? Ja! Wo kommt der Ball her? Das ist kein Ball, das ist ne Wolkenkugel. Das ist ne Wolkenkugel! Das muss jetzt echt die Scheiße da hochgehen, ja? Ja, das ist richtig gut. Düm, 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 düm. Oh, ja! Oh, ja, ja! Their moves like jenging! Da schlendert der Hipster! Ja, ist auch geil! Du leckst! Ein Schritt nach heute wär sowas von heute gewesen! Schale! Und einfach die Eier aus Stahl! Ey, nicht die Eier aus Stahl anschießen, bitte! Wie so ne Eieruhr Der war auf der Tisch nie, lass ihn mal laufen da Ja echt voll der Miesel Immer schön laufen lassen Lass ihn laufen, lass ihn laufen Jetzt halt aber schnell Wenn du das schaffst, dann mach ich jetzt ein Rückwärtsalto gleich in der Kamera Das will ich auch sehen Egal ob ich mal den Genick breche oder nicht Ich lass ihn doch durchlaufen Ich mach mit Heck Das ist nicht mal wo lang Das sieht ganz gut aus wo du langläufst Jetzt würde ich sagen links Nein 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 Kein Rückwärtsalto, schade 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 Das tut mir echt voll leid So Johnny jetzt ohne runterfallen Ja Du wolltest streng dich mal an, du spielst seit 8 Jahren GTA Du hast schon 1000 Videos aufgeladen Seit 8 Jahren Ja Ich meine ja Das stehe ich genau LOL Jetzt wollen wir mal Head-Aim trainieren Wir schießen beide einfach in den Kopf Nein ich werde nicht CSGO mit dir spielen Tobi Nein 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 Dick Junge das Auto war teuer Sag mal brennst du da was Noch nicht, aber gleich Lauf doch los Donny, du bist der Käpt'n Absturz Ja, genau Mach mal die Vorhaut Klar schon In 3-2-1 gibt's Kopfschüsse 3, 2, 1 Oh, oh, oh Oh, ist dicker Oh, danke Oh, das war zu früh So, ein bisschen, bin ich auffällig Bis zu früh bin ich bekannt Oh, ich bin ich, ich bin ich Oh, okay Ach ja, man muss ja mal Eigentore schießen Ja, das hab ich bei FIFA auch gemacht Diesmal folge ich dir, das letzte Mal wirst du mir gefolgt Ja, ja, so So Und für dich kommen die hinterher Oh, oh Oh mein Gott Ist doch Corona gefallen Oh, nein Loll, die Limo, wie sie schön nach hinten mit dir gekippt ist Wunderbar Oh, Johnny Oh, it's all about you Oh, Johnny Wenn du das jetzt holst Warum kriegst du jetzt nen Kopfschuss? Das bin ich, das ist kein Problem Guckt euch an hier Zack, durchrennen Nicht enttäuschen Hi, Yolo Waren die Eier noch nicht so groß Winner, 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 chicken dinner Was ist passiert? Bist runtergefallen? Sag ich doch Ich bin vorwärts und rückwärts gelaufen Die ganze Zeit vorwärts, vorwärts, rückwärts Ich hab's geschafft, du nicht Wo ist dein Problem? Von mir hast du wieder nur aufgewogen To, To Tolek Tolek, man, lieber Tolek, Alter Easy gewonnen Die Zähne lecker haben gewonnen Ja, dann, ne Danke, ich war ein Wierbeid Nein Herzlichen Glückwunsch an den Gewinner Dankeschön Sehr gerne Wärts euch gefallen, das, Freunde Ihr wisst Bescheid Lass ein Läubchen da Wärts super nice Schaut auf jeden Fall auch in die Infobox Für die Kanäle der anderen Lass bei denen auch ein Läubchen da Und wir sehen uns auf jeden Fall In der nächsten Folge wieder Bis dahin, macht's gut, haut rein Und bau Tschüss Ciao